Hey Leute, in der heutigen Folge werden wir in den Netter gehen. Ja. Ja, und ich glaube, dass du dich freust und jeder sich freut, ja? Und wenn's netter geht. Das ist doch schön. Hm. Hm-hm. Nein. Das ist scheiße. Hast du Schneeblecke? Ich hab Schneeblöcke, ja. Hier. Okay, und ich baue diesmal das Portal hier. So. Ich hab vergessen, wie hoch sich ein Portal eigentlich bauen soll. Oh, das ist das Schwerste. Das ist das Schwerste, was kann man in der Welt sein. So, oder? Vergissen. Wie, warum man? Guck mal. Zu groß. Das ist zu groß? So groß. Ja egal, wir brauchen sowieso ein Feuerzeug. Kann man machen. Ja, mach rein. Warte mal. Wir brauchen diese... Feuerstein. Hä? Wo ist Feuerstein? Ja, weil wir haben ihn nicht. Haben wir keinen Feuerstein? Hast du einen Toporic? Einen Toporic? Nee. Oh, nee, 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 nee. Ich hab keinen. Boah, Digga. Die Schwert ist so krank hier. Dieses Holzschwert. Ich hatte volle Herze. Ach, das ist so voller Herze? Ja. Kann nicht sein. Guck mal, hau mich nochmal. Oder? Mit Anlauf. Ach du Scheiße, macht das viel Schaden. Bei mir ist... Schon bei mir ist was kaputt. Oh, wieder ist was kaputt. Alles wird zerstört. Aber das Schwert hat auch... ...weirdings... Verbrennung... ...und Schärfe. Das ist das Beste. Warte mal, ich mache ein... Feuerzeug. Ein Toporic. Wo ist die Feuerzeuge machen? Wo ist Feuerstein? So, Leute, wir haben ein Feuerzeug gemacht... ...aus einem zweiten... ...Priborch. Und komm mal mit. Wir zünden jetzt mal den Netter an. Warte mal, warte mal, warte mal. Du wirst, dass unser Haus wird schön sein. Aber das ist doch sehr schön. Ach so, willst du Schnee machen? Ja. Du kannst auch Eis machen. Nee, Schnee ist besser. Ja, hier noch Schnee. Hier noch ein Stück. Das ist ein Stück. Boah. Nehm das ganze Holz. Ja, das kann man vielleicht... ...irgendwann mal gebrauchen. Hier ist eine Truhe. Da ist nichts. Ja, das ist doch Holz-Truhe. Da war aber irgendwas doch drinne. Nehm das hier Holz noch. Nehm das hier Holz noch. Da ist noch eine Truhe. Das ist ja alles drinne. Nichts. So Leute, wir gehen jetzt zum Portal. Ähm und hören den an, ne. Das dürft ja 100% funktionieren, ja. Aber unser Haus sieht schon mal sehr cool aus, ne? Ja. Ich sage immer, warum sage ich das? So. Und diese Scheiße habe ich das. Ja, hast du selbst mal ganz am Anfang irgendwo dahin gepflanzt? Und das ist zu diesem Baum geworden? Boah, das ist schön. Oh, der Boden ist hässlich. Boah, ja. Stimmt. So, Leute. Wir haben den Boden gemacht, aber einzig Problem ist. Ein Amboss kostet ein Steak oder so. Und wir müssen das hier abbauen. Der Amboss fällt dann runter. Oh, mein Cousin hat gerade den Amboss abgebaut. Deswegen fällt es nicht runter. Und wir haben einen neuen Boden. Sehr schön. Ich habe hier noch vier Blöcke. Schmilzt Eis nicht. Oh, nein. Man kann aus Schneebellenblöcke kraften. Ja, nee. Ich brauche schon nicht. Ich bleibe schon fertig. Ja, okay. Dann mache ich das in die Truhe hier. Okay, dann zünde ich jetzt das Portal ab. Warte mal, ich muss meine Sachen noch nehmen. Kommen machen vielleicht erst unsere Sachen fertig. Welche Sachen? Ja, Diamantensachen, das alles. Okay. Das ist eine gute Idee. Dann kannst du Kraften direkt die dir erst machen. Sachen. Scheiße. Du sagst mir nicht, dass du das alles verbrannt hast. Doch, ich habe das alles verbrannt. Aber du bist reingefallen. So, Leute. Wir müssen uns auf jeden Fall in eine Richtung machen. Ich würde sagen, dass wir sie gleich kraften werden und mit euch in den Netter gehen werden. Und in der nächsten Folge sind wir dann komplett im Netter. Vielleicht haben wir schon viele Sachen. Ich würde sagen, dass wir sie machen.